Ihr habt es vielleicht noch nicht bemerkt, aber ich stalke öfters die Wunschlisten von euch auf Steam. Zumindest bei den Leuten, die mich über die Jahre hinzugefügt haben, mache ich das. In letzter Zeit ist mir dabei ein Spiel besonders oft unter die Augen gekommen und das ist der Tavernmanager Simulator. Das Spiel sieht auf den ersten Blicken nach einem chilligen Wirtschafts-Sim aus, bei dem man dann aber auch öfters selbst mal Hand anlegen muss. Und das Ganze dann aus der Ego-Perspektive. Gleichzeitig bekommen wir aber auch die Vibes eines Mobile-Spiels, beziehungsweise auch eines Asset-Flips. Auch weil das Teil noch im Early Access steckt, hatte ich diese kleine Theorie. Da das ja quasi alles meine Fachgebiete sind, habe ich einen Blick für euch riskiert. Fühlt euch also begrüßt und nach dem Intro gibt es den Blick ins Spiel. Zuallererst auch an dieser Stelle der Disclaimer. Das Produkt habe ich natürlich kostenlos erhalten, ich hätte es mir aber vermutlich selber trotzdem irgendwann noch gekauft. Einfach weil mein Interesse da ist und von euch das ja auch. Ein ähnliches Spielchen mit dem Namen Crossroad Inn habe ich nämlich letztes Jahr schon fast exzessiv durchgespielt und konnte damit so eine neue Sucht in mir selbst finden. Die absolut bescheuerte Sucht mit alkoholischen Getränken und billigem Essen, die dicke Knete zu verdienen. Keine Ahnung, warum das so befriedigend war in dem Spiel, aber gut, das ist ja vielleicht das Thema für ein anderes Video oder so. Um zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, Crossroad Inn wird im Gegensatz zu diesem Spiel hier aus der Vogelperspektive gespielt und hat einen mehr strategischen Aspekt in sich. Trotzdem habe ich mich da aber auch schon gefragt, wie es wäre, so ein Spiel aus der Ego-Perspektive spielen zu können. Genau das liefert ja der Tavernmanager Simulator. Dabei ist der Anfang Januar 2024 überhaupt erst angekündigt worden, angeblich nach über 200 Tagen Entwicklungszeit. Im April ist dann schon die erste Demo für das Spiel erschienen, bis das Spiel dann im August als Early Access Titel durchgestartet ist. Stand heute, also September, ist hier zwar kein fertiges Spiel vorhanden, was man schon öfters bemerkt, aber dennoch genug drin, dass man schon seine Zeit hier mit dem Spiel verbringen kann. Dabei starten wir mit geringem Kapital und ohne eine wirkliche Geschichte in einer alten, heruntergekommenen Taverne durch. Diese muss zu Beginn erstmal aufgeräumt und grob durchgesäubert werden. Keine Sorge, das werden wir bis zum Ende des Spiels noch deutlich öfter wiederholen. Dann müssen wir Waren bestellen und die ersten Kunden mit Alkohol versorgen. Das alles wird natürlich als eine Art Tutorial verpackt. Mit der Hilfe von den Erwirtschaften gewinnen und dem Erfüllen von Aufträgen schalten wir dann so immer weitere Tavernenlevel frei. Und mit diesen lässt sich unsere Taverne dann immer weiter und weiter ausbauen sowie verbessern. Damit werden dann auch neue Möglichkeiten geschaffen, Geld zu verdienen und neue Gäste in die Taverne zu locken. Dabei verkaufen wir ja zuerst sowieso nur Ale und dann kommen aber irgendwann Snacks dazu. Später auch noch Steaks und Suppe. Und das wäre dann standaktuell aber auch nur das normale Programm für die normalen Gäste. Mit den späteren adeligen Gästen muss feiner Wein ausgeschenkt werden, der dann gerne mit Käse verköstigt wird. Für diese oder auch allgemein müssen wir auch ständig das Möbeljahr erneuern und erweitern, damit auch größere Gästegruppen bedient werden können. Und natürlich setzen sich die Adligen auch nicht in denselben Raum oder auf dieselben Möbel wie das arme Fußvolk. Zwischenzeitlich wird das Spiel damit auch immer stressiger, weil wir ja so gesehen alles alleine machen müssen. Wir müssen also Waren bestellen, vorkochen, ausschenken und die Bestellungen verteilen, Tische wieder abräumen, Geschirr spülen, Holz hacken, mehrfach Wasser holen und abkassieren, betrunkene Gäste aus der Taverne tragen oder das verstopfte Außenklo mal wieder freimachen, bettende Omas mit der Bratpfanne aus der Taverne vertreiben, aufpassen, dass wir nicht beklaut werden und das alles eben genannte dann in einer Endlosschleife durchgemixt. Aber zum Glück gibt es dann auch hier freischaltbare Feenhelfer, die bestimmte Aufgaben für uns übernehmen können, wenn wir diese dafür mit Energie füttern. Bis man aber diesen Punkt überhaupt erst im Spiel erreicht hat und davon alle freigeschaltet hat, sodass im Groben alles bedient wird, ist das Spiel von seinem Tavernenlevel her auch schon so weit, dass es sowieso Stand jetzt so gut wie durch ist. Klar gibt es dann für uns noch die kleine offene Spielwelt, in der wir ein paar Secrets finden können. Ebenso gibt es hier Nützliches zu finden oder Dekorationen, mit denen wir dann die Taverne noch ein bisschen aufhübschen können. Aber besonders ab diesem Punkt fällt dann auch schon auf, dass das Spiel so noch lange nicht fertiggestellt worden ist. Ansonsten sind es dann eher die Details, die das noch ein bisschen weiter durchscheinen lassen. So wächst die Taverne im Laufe des Fortschritts ja immer weiter an. Ebenso wächst damit ja auch die Kapazität, also wie viele Gäste wir maximal bedienen könnten. Trotzdem sind es immer dieselben Anzahlen von Kunden, die vorbeikommen. Richtig schnelles Wachstum ist also so auch nicht möglich. Ebenso müssen wir ja für das Erlangen von neuen Tavernenleveln teilweise riesige Aufgabenblöcke erledigen, die sich unendlich in die Länge ziehen können. Beispielsweise 20 Käse zu verkaufen dauert in echter Zeit etwa eine Stunde, weil Käse nur von den Adeligen gekauft und gefuttert wird. Und das natürlich auch nicht bei jeder Bestellung von denen. Und da meist überhaupt erst insgesamt vielleicht 30 Kunden am Tag da sind, wovon lediglich sieben Adelige sind, kann man sich ja ein bisschen hochrechnen, wie lange es dauert, bis man dann 20 Käse verkauft hat. So ein bisschen nervig dabei sind dann auch die ganzen Minispiele, von denen das Spiel dann voll ist. Mit diesem bekommen wir dann auch die Vibes, dass es sich hierbei eigentlich viel mehr ein Spiel für Smartphones handeln könnte. Mies ist dabei aber besonders, dass es oft egal ist, wie genau oder eben ungenau wir hier die markierten Positionen treffen, also diese Smartphone-Moves ausführen. Meine Eingaben haben also eigentlich gar keine Auswirkungen auf das fertige Produkt. Und damit ist ja dann auch dieses ganze Minispiel irgendwie total sinnlos. Manche Sachen ziehen zwar schon die Qualität runter vom Produkt, dann auch den Ruf, wenn wir dieses Produkt dann auch schenken oder verkaufen, aber der Ruf steigt sowieso konstant immer weiter und weiter an. Und damit hat eigentlich nichts den wirklichen Einfluss. Erwähnen sollte ich dann vermutlich noch, dass das Lager in der Taverne viel zu klein ist, besonders wenn man dann den Tavernenlevel ganz hoch hat und dass es insgesamt viel zu wenige Getränke oder Gerichte zum Kochen gibt, was dem Ganzen auch so ein bisschen den Spielspaß genommen hat. Ich bin aber auch der Meinung, dass das alles problemlos rausgepatcht oder eben erweitert werden könnte. Die eigentliche Frage im Raum ist aber, ob das jemals passieren wird. Und genau diese kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Technisch liefert uns das Spiel aber zumindest jetzt schon eine schnuckelige und farbenfrohe Grafik in einem sehr angenehmen Stil, der mich so ein bisschen an Warcraft 3 oder vielleicht auch World of Warcraft erinnert hat. Auch wegen den Easter Eggs im Spiel natürlich. Genau damit gibt es dann auch eine angenehme Atmosphäre in einem sehr schicken Setting. On top dann auch noch ein paar Sounds und Melodien, aber für mich nichts Besonderes, was ich jetzt groß in Erinnerung behalten werde. Das Spiel ist aufgrund seines eher kleinen Umfangs aber zumindest sehr zugänglich, also einfach zu verstehen und zu managen. Wird eigentlich nie fies oder unfair, außer man lässt sich ein sauteures Weinfass von einem Dieb klauen, aber da muss man auch wirklich blind auf beiden Augen sein oder einfach nur blöd. Aber es unterhält trotzdem, zumindest bis man dann ins Late Game kommt und es sich alles einfach nur wiederholt. Denn auch der Tavernenmanager Simulator hat ordentlich Potenzial, der steckt hier einfach drinnen. Das Kernspiel unterhält Stand jetzt auch locker 5-10 Stunden, ist halt chillig, nicht zu kompliziert und super für zwischendurch mal. An vielen Stellen fehlt es dann aber trotzdem noch an Inhalten, auch an besseren Konzepten im Sinne der Minispiele. Im Grunde ist das Spiel jetzt auch nicht super komplex oder ambitioniert. Eigentlich sollte es schon klappen, dass man hier ein paar Patches reinsteckt mit Content, Updates und dann ist eigentlich alles super. Die restlichen Kleinigkeiten können auch gelöst und verbessert werden. Und daher ist mein Ausblick jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich würde nämlich sagen, das Spielstand jetzt ist okay. Trotzdem wird auch hier die Zeit zeigen, was noch wird oder was eben nicht wird. Und damit könnte das Spiel dann in einen Gut rutschen oder halt auch in die andere Richtung. Ich drücke jedenfalls an dieser Stelle die Daumen. Ob ihr es euch am Ende auch antun wollt, bleibt aber wie immer euch überlassen. Und in der Endcard, wie immer, zwei Empfehlungen. Heute habe ich aber nichts Vergleichbares, deswegen zwei Empfehlungen von YouTube. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.